hier so ich stelle mal das spiel herzlich willkommen ja mal wieder zurück in meinem aquarium wobei es sind ja mehrere hier so ich habe letztes mal das letzte was ich wirklich gemacht habe ist dieses aquarium gebaut das war eine aufgabe die ich einfach mal so gemacht jetzt und ja die leute sind zufrieden ich kann es hier sehen alles ist in ordnung die heizleistung ist okay die wasserqualität ist okay und alles andere auch so dann kann ich hier gucken hier ist die wasserqualität unter 60 Prozent ich habe 51 okay Moment die ist ja nicht so schön vielleicht sollte ich da noch ein bisschen Deko rein machen wenn es dann geht mal gucken so was sagt er mir ist wasserqualität ich habe das hier vielleicht die was vielleicht ist das zu wenig könnte sein ich kann ja noch mal eine neue kaufen ich pack noch mal eine kleine dazu ach jetzt kommt er da ja nicht hin weil er mal nein da gehen aufgehoben ich will das ja so die wird gefüttert was haben wir denn jetzt hier wasser kommt er wohl jetzt ist die wasserqualität gestiegen okay das ist schon mal toll hier ist auch alles in Ordnung Ökologie-Vorschung-Krank 3 Flammenzweck Kaiserfisch okay ähm na schön so hier habe ich aber auch die wasserqualität nicht so tolle äh auch da muss ich dann nochmal Ausrüstung mir besorgen so glaube ich ploppt jetzt ist auch da die wasserqualität gut um oh hier ist auch schlecht Moment kann ich ja vielleicht klappt das nicht die jetzt auch noch um um jahre mal ich nehme die nach oben Prozent Pflanzen okay Heizleifern okay aber die wasserqualität ist nicht okay ne da hilft es nicht wenn ich okay dann hole ich noch einen kleinen dazu so dann habe ich jetzt hier auch genau 67 hier sind es 61 okay so ähm ach da sind dann noch keine Tiere drin Moment das geht aber nicht ähm kann da ja der neue rein oder ist er noch in der Forschung den haben wir hier den Kaiser Flammen links oh Gott den haben wir hier äh dann pack ich zu niedrige Wassertemperatur ja gut die kann ich ja erhöhen die Temperatur kann ich ja erhöhen ist doch kein Problem kaufe ich mal eine ganz große Heizung hier so und dann wird hier erstmal die Heizung aufgedreht so mal gucken Heizleistung jawohl 36 20 braucht eigentlich nur Wasser ist auch okay guti ähm der fühlt sich im Moment wohl äh okay der braucht grünes Futter grünes Futter habe ich im Moment nicht da vielleicht könnte ich gucken ähm so und da hier nochmal was rein blb blb Werkzeuge kaufen so hier grün ähm hier ist nicht unbedingt auch vor die Leute wollen ja auch was gucken ich würde sagen hier auch vor der Heizung da kann ich auch noch von den zwei anderen Seiten drin so ähm das ist soweit in Ordnung hier unten ist auch alles okay alles okay alles okay gut hier ist es auch okay gut äh äh schalten sie neue Tiere frei jawohl das habe ich ja ich brauche da 160 die werden wir mit Sicherheit bekommen ähm 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 so ich gehe mal ein bisschen aus dem Bild hier suche raus etwas weiter gucken ja gut ähm unten ist auch alles okay hier habe ich aber hier Nachrichten noch nein das habe ich also schon gelesen das hier und das und das und das und das hier unten ist mein Geld können wir mal gucken Eintritts äh Ticket Tag 1 Tag 2 Tag 3 da hat sich das erhöht bei 4 auf 5 ist gleich geblieben 6 ist wieder etwas gesunken im Moment ok Profit ist im Moment in Ordnung wollte ich mal sagen gut ja hoppala ok den haben wir äh sie haben eben den Korallen Tackenbars freigefaltet sehen wir ihn uns an ok gut gut ähm die Umwelt da ist im Moment nichts zu sehen äh kraftvolle Kombi die kostet mich 300 ähm ich hab da plus 45 45 äh ne nicht ähm ich lasse ok das Moment aha über sich beim nächsten Rang ok ok da kann ich gucken wie viele da was geguckt haben den Zweck Kaiser Dingsbums mehr davon ok ähm ähm hier habe ich das sieht im Moment gut aus ähm blablabla ok Moment klingt es klingelt so schön Kapazität 3 genau äh flammen zweck hoppala fuhle was neues fertiggestellt ok als nächstes die einfache Pumpe so dann kaufe ich nochmal unter Wasser Tiere soll daten für und usa na gut dann schlechte wasserqualität stress aufgrund von zu wenig unter schlupf ok ähm zu wenig unter schlupf Moment ähm halt unter schlupf eine Höhle haben wir hier ähm ähm Höhle ist von kein Platz mehr da ähm ja im Moment kein Platz dafür sowas war denn mal ne erhebe ich ja das ganze Becken mit auf äh ok aufnehmen ich verkaufe den ein erstmal so ich muss ja hier noch oh Gott genau also wir brauchen Moment 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 essen ja sowieso was haben denn hier also das ist äh ich nehme gleich die große die große Heizung äh Wasserqualität ist im Moment gut äh das war die Pumpe Heizung ist so rot hier ich nehme hier ich nehme ja erstmal noch ähm ähm Moment so dann wird das Amt geheizt keine Ahnung ähm okay wir brauchen da eine Grotte und sowas aber ich kann hier nichts entfernen so viel ich weiß warte mal vielleicht so verkaufen ähm mal so m 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 das grün zeug das hr 77 von 55 prozent gerade 33 ok heizung ist alles gut okay hole gibt's geld klack 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 da lohnt sich das zu essen ist da plapp 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 nein da geht's nicht aber hier ist auch rot das auch rot ich packe den daneben aber dann müsste ich ja jetzt noch ein einstellen der da arbeitet bei so viel aquarien hier oder so ich lasse das erstmal ich gucke mir das erstmal an hier pumpen sie haben bei ihrer letzten erweiterung beeindruckende arbeit geleistet damit haben sie bewiesen dass sie für noch fortfriedlichere aquarium design techniken bereit sind lassen sie uns daher über pumpen reden ich will mal war ich pumpen lustig bei mir wird es gerade so dunkel hallo ja was haben wir stehen im moment hier 18 uhr und 17 minuten heute am 23 10 ja die pumpen genau die können da die fäder über springen und weiter alles klar so war einmal ich pack mit da noch mal ein werkzeugkasten hin ich würde sagen das wird hierhin gepackt so das auch hier rum ist aufgeräumt und sauber jawohl wieso habe ich da jetzt ein x hier wasserqualität ist runter und die heizung auch da kann dann dran ok ist da wieder in ordnung aber irgendwas wird jetzt hier blockiert soll das hier gemeint sein wenn ich jetzt das daheim gemacht immer weg da ja jetzt ist das ok meistern sie die kunst des punkten schalten die folgendes frei einfache pumpe einfache pumpe ausrüstung kaufen hier ist einfacher filter und so weiter mini kombi nein heizung Pumpe habe ich gar nicht Prozent Obweiler einfache Pumpe ok die habe ich jetzt da ok errichten sie ein Becken mit mit was hier ne Typ Lagunenbecken ein Lagunenbecken äh Becken kaufen Lagunenbecken 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 das ist hier das andere sind wir Beobachtungsbecken und so weiter ok ein Lagunenbecken ok ähm dann muss ich das da oben auch noch ändern ähm steht dabei wie groß oder so was ne einfach nur ein normales Lagunenbecken hier ähm ok ähm mhm 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 da ok das mache ich so warte mal ähm ähm äh äh ja das muss weg dann kann ich das so lassen ok ich mach das so ich weiß deswegen so das kommt dann hier hin so eine Pumpe die drei Felder weiter entfernt ist ok eine Pumpe die weiter entfernt ist hier so das heißt da das Ding 1 2 3 ähm so so eine Pumpe die weiter entfernt ist bing 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 abgehackt ein beliebiges Tier ok äh äh wo ist eigentlich egal ähm ähm den blauen hier jaja immer diese schlechte Wasserqualität die wird da jetzt noch erhöht hier im Moment da kaufe ich die Kombi so ähm gucken Wasserqualität ist gut Heizung ist schlecht gut zwei Grad drunter ok noch eine kleine Heizung ähm so äh Heizung ist immer noch drunter hä ach Mensch ähm geht doch mal weg da das ist der Filter keine Heizung mal wieder von wieder verwechselt hier Mensch geht doch mal weg da äh 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 Gott eh die Hand ich alle hier auf Moment äh 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 die 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 ähm ähm Heizung laden Fan okay nochmal genau und es macht und ich hab da einmal mehr ja okay um okay ja ich pack da die dinge mal rein heizung ist okay wasser qualität ist okay gut und dann nochmal solche ja gut erst mal das hier ja so gut 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 Gumm 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 Ausrüstung die mit der Pumpe und dem Beckenbomben ist ähm Moment So Da musste das hin Einer ihrer Gäste ist durstig, ach was Ok Verkaufsautomaten Erich 3 Äh, na gut Äh, Getränke Dann errichte ich hier mal 3 Getränkeautomaten Einer Einer kommt dann mal hier hin Und Der eine kommt dann hier so schon am Eingang So Ok So, hier drinnen bei mir im Zimmer wird es gerade sehr sehr dunkel, ich muss gleichlicher machen Hehehe Ok So, unten links habe ich 14.000 Thaler, das ist gut Da kann man sich einiges davon leisten Ja So So Überall macht das hier plopp 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 Die bezahlen alle Ich will mal den hier aus, was sagt der denn? Bitte mehr davon, bitte mehr davon Schon wieder? Langweilig Gelber Segel Flossen Doktor Aha Na Der findet den gelben, also langweilig Äh, ja Ich kann hier mal die Folge beenden Dann kriege ich auch ein bisschen Hunger Dann würde ich mal sagen Ja Ja, bleib gesund oder Werde gesund, wenn du ein bisschen krank bist Und ansonsten geht hier dann Demnächst weiter Beim Aquarium Und mal gucken, dann wird noch irgendwie vergrößert oder so Ich muss mal sehen, was ich hier noch mache Ich muss auf jeden Fall erstmal Rang 4 erreichen Ok Dann machs gut und bis zur nächsten Folge, ne? Bye, bye